Die SB20 Plus ist eine Säulenbaumaschine unserer Mittelformatmaschinen. Sie verfügt über einen sehr robusten Aufbau und ist sowohl als Tisch als auch als Säulenbaumaschine erhältlich. Als Antrieb dient ein wartungsfreier und laufrühriger Drehstrommotor. Über das Bedienpanel können die Funktionen und Einstellungen der Maschine, wie zum Beispiel die Drehzahl, ganz einfach auf verschiedenste Anwendungsfälle ausgerichtet werden. Über das integrierte OLED-Display werden Ihnen die aktuellen Parameter, wie zum Beispiel die aktuelle Drehzahl und Bohrtiefe, übersichtlich angezeigt. Durch nur einen Tastendruck kann zwischen Bohr- und Gewindeschneidmodus gewählt werden, um diesen anschließend intuitiv programmieren zu können. Über die untere Schaltleiste kann die serienmäßige LED-Beleuchtung und die optionale Kühlmitteleinrichtungen gesteuert werden. Mit Hilfe des Bohrtiefenanschlags können wir ganz einfach und ergonomisch die geplante Bohrtiefe einstellen und begrenzen somit den Hub maßgenau auf die gewünschte Bohrtiefe. Der robuste Maschinentisch kann mit Hilfe eines Zahnstangentriebes einfach und präzise in der Höhe verstellt werden. Um eine optimale Arbeitssicherheit gewährleisten zu können, verbauen wir serienmäßig einen Bohrschutz mit elektrischer Absicherung und einen Notaus-Schlagtaster. Um den Bohrvergang sicher abschließen zu können, können Sie zusätzlich eine Spindelstopp-Funktion aktivieren. Sollten Sie sich für die SB20 Plus entscheiden, gewähren wir Ihnen volle 3 Jahre Garantie. Zusätzliche Informationen und technische Daten finden Sie auf unserer Webseite. Falls Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.